Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge Nummer 50 von Astronir. Ja, wir sind letztes Mal unterwegs gewesen, haben Biomasse geholt, damit der Dingens da läuft, sag schon, der Generator läuft und wir zugesehen haben, dass es hier ein bisschen vorangeht. Unsere Waren hier werden gerade nicht weitergemacht, weil da Wolfram drin hängt, das ist unser Problem. Okay, gut, dann müssen wir schauen, wie wir da weiter vorankommen. Ich glaube, das tauschen wir mal aus, weil da vorne können wir gleich schon die nächste Portion von dem Dingens reinmachen. Sag schon, ja, Strom da und ja, läuft, ne? Wir wollen einen Trecker bauen, das war's, ne? Dann müssen wir doch mal gucken, was brauchen wir denn für einen Trecker? Ist der hier schon ausgewählt? Ich glaube schon, oder? Untersuch den mal. Große, ne, große Plattform ist da drin, ne? Ja, der Trecker ist da noch nicht drin, ne? Buggy, großer Drucker, Schmelzofen, Erztrin, die Flügel, Schmel, das war dann hier doch nicht, oder? Handelsplattform, große Plattform. Ne, hier sind wir falsch dann. Ich dachte, das wäre hier gewesen. Ist das dann doch in einem normalen Drucker drin, weiß ich gar nicht. Oder vertue ich mich ganz und das Roversitz, Traktor, oder? Ist er? Aluminium brauchen wir dafür. Aber Aluminium haben wir gar nicht hier, oder? Und für den Hänger brauchen wir Aluminium-Gemisch, Laterit also. Wolfram haben wir hier. Und da oben ist noch mehr Wolfram. Lege ich das mal da hin. Warte mal, Gemisch. Was brauchen wir noch? Aluminium dann. Dann kann das erst wieder hier dran, damit wir das behalten. Und hier ist Ammonium, das da nicht dran sein muss. Ja, lass es doch da dran. Ja, ich sehe schon, wir haben wieder das Intro nicht loslaufen lassen. Das machen wir jetzt mal als nächstes. Dann würde ich sagen, bis gleich, ne? So, Intro ist durch. Ja, was machen wir jetzt? Gute Frage, ne? Wir brauchen Laterit. Ist denn Laterit hier überhaupt zu kriegen? Weiß ich gar nicht. Ressourcen. Hm, da. Laterit. Alle Planeten in Höhlen. Okay, dann würde das bedeuten, wir müssen das auch hier finden können. Ja, jetzt müssen wir noch Höhlen finden. Ah, das heißt. Dinger haben wir noch, ja. Aber der ist schon zu knapp weit weg. Okay, das heißt, wir gehen mal hier weiter runter, oder? Und bohren uns da irgendwie rein. Oh, da gehen wir doch besser hier lang. Ich glaube, wir gehen hier besser lang. Äh. Ja, da müssen wir gerade den da ausmachen, ne? Und dann geht's weiter hier voran. Ach so, wir haben schon wieder keinen Sauerstoff mehr hier. Können wir den mal bitte hier so hinbauen, dass das klappt? So, jetzt klappt's auch. Über Pinne haben wir noch, noch zwei oder so. Und wieder zu weit vorne. Jetzt liegt der da schon wieder so komisch rum, ey. Alter Schwede. Das klappt auch gar nicht mit dem Ding. So, jetzt haben wir das noch geschafft, wenigstens. Und wir haben schon keine mehr, ne? Ja, können wir gleich hochgehen. Aber, ne? Solche Pinne basteln, äh, wir haben gar nichts davon dabei. Noch besser. Da brauchen wir jetzt hier Dinge für. Ein Gemisch für. Und dann Rucksack aufmachen und Verbindung bauen. Dann werden die Verbindung gebaut. Und auf geht's wieder ins Erdgeschoss. Ist das das Erdgeschoss? Ne, Untergeschoss schon. So, einmal ab in die Tiefe. So, einmal ab in die Tiefe. Ich glaube, hier ist ein Loch. Genau so ist es. Fallen wir da tief oder fallen wir da nicht tief? Das ist die Frage, ne? Fallen wir eigentlich tief? Müssen wir gerade hier so weiter runter bauen. Und dann klappt das auch, ne? Sind wir schon so weit weg? Ja, sind wir schon. Okay, dann müssen wir erst zurück. Da hin, damit wir wieder Sauerstoff kriegen. Und jetzt haben wir hier weiter zu basteln. Oh, Glob läuft, oder? Aber wir müssen wieder Sauerstoff hier hinlegen. Ja, die Schräge hier ist jetzt nicht so prickelnd, oder? Kriegen wir hier was? Und das passt nicht ganz. Na, jetzt passt es. Da geht's noch tiefer, da müssen wir aufpassen. Was haben wir da zum abbauen? Quarz. So, da ging's ja noch tiefer, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen zu gefährlich, weil's da zu schräg runter geht. Aber wir sind ja schon hier in der Höhle drinnen. Jetzt ist es ja nur, dass wir richtige Material finden, oder? Ist das da hinten? So richtig sehe ich jetzt nicht. Wo geht's da lang? Warte mal, da müssen wir von hier aus weiter rüber gehen, glaube ich, ne? Das ist hier eine schöne Schräge runter, das sieht besser aus, aber leider ist es nicht schräg genug. Wir haben keine Pinne mehr, oder? Nö, haben wir nicht. Schutt. Ah, da ist Kohlenstoff, den können wir mitnehmen. Gut, dann gehen wir erst hoch, wir müssen erst schauen, was ist das hier oben? Auch Quarz wohl, okay. Wir brauchen Gemisch. Müssen wir gucken, dass wir Gemisch kriegen, dann wenn wir Gemisch haben, können wir da unten weiter gucken. Irgendwann werden wir das Loteriet schon finden, ne? Region Flachland. So. Das bedeutet, wir nehmen das Gemisch an uns. Tun den Rucksack gerade aufpacken. Quarz können wir da reinpacken. Und den Kohlenstoff wahrscheinlich, ne, der war ja schon rausgemacht. Aber lassen da, ist auch egal. Ja, Dinger bauen. Ich glaube, wir nehmen mal noch einmal mehr mit. So, einmal wieder runter. Slidern mal hier rein. Das hat uns ein bisschen erwischt, oder? Da ist Quarz. Wollen wir woanders gucken? Bestimmt, ne? Wir wollten da hinten gucken. Zurück. Und wir wollten hier abbiegen. Aber das ist, ja, das ist leider kein Quarz. Das Ding ist ja schon. Wolframid ist das, ne? Jetzt sind wir schon wieder zu weit gelaufen mit dem Pin hier. Da geht's schon wieder in den Keller runter. Aber vielleicht gehen wir da mal runter. Aber das geht nicht weit rein, oder? Doch, da geht's um eine Ecke. Glaube ich. Doch, da geht's um eine Ecke. Aber da fallen wir dann runter, oder? Das heißt, wir müssten mal gerade gucken, dass wir hier uns eigentlich einen Weg bauen, aber das ist schwierig. Das ist hier schon wieder kein Sauerstoff. Gut. Ah, hier geht's runter. Hm, ein bisschen Stahl hier, oder? Kriegen wir das denn wieder hin? Da ist ein Loch nach oben. Hier ist eins nach unten eher. Ja. Jetzt haben wir keine Pinne mehr. Hatte ich nicht eben noch was hier mitgenommen? Man sagt schon, äh, Gemisch. Ah, wohl nicht. Oder ich hab schon wieder zwischendurch gebaut. Geh mal hoch, ne? Müssen wir leider hoch. Und hier sind wir oben. Haben wir das irgendwo weggeschmissen, ne, ne? Ich glaube nicht. Was war das? Kann man das mitnehmen? Ne, Schutt. Schutt. Alles Schutt. Ne, das, was wir brauchten, das hab ich, glaube ich, schon da rausgeholt. Ja, das heißt, wir müssen wieder hoch. Schwierig. Und müssen gucken, dass wir Gemisch kriegen. Aber das ist, ja, da müssen wir mal gucken, dass wir mehr Gemisch kriegen, weil jetzt müssen wir ja schauen, dass wir da unten irgendwie mal unser Laterit finden, damit wir Aluminium herstellen können, ne? Bisschen schwer tut sich das Ganze gerade. Okay, aber das, äh, kriegen wir auch hin und, äh, ich würd sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.